Mein Name ist Andreas Moller, ich bin Inhaber der PowerSearch Management Consulting Gruppe und seit über 10 Jahren selbstständig als Personal- und Unternehmensberater im Zürcher Seefeld tätig. Ich rekrutiere für Firmen in der Industrie-, Handel- und Dienstleistungsbranche Fach- und Führungskräfte auf allen Stufen. Dank meiner gelebten Philosophie «Der Mensch im Mittelpunkt» steht die Abstimmung der Soft-Faktoren im Vordergrund. Ausschlaggebend ist die Frage, passt dieser Mensch in diese Firma und das Unternehmen zu diesem Mensch? Den direkten Spontanbewerbern stelle ich meine langjährige Erfahrung in der Unternehmensführung und im Personalwesen zur Verfügung. Sie profitieren vom bekannt integeren Namen PowerSearch, der für Qualität und Seriosität steht. Persönlichkeitsanalyse, Assessment und Standortbestimmung sind wichtige Teile der persönlichen Zusammenarbeit. Meine über 25 Jahre Erfahrung als Geschäftsleitungsmitglied in einem internationalen Hightech-Unternehmen mit Verantwortung für Finanzen, Personal und Dienst bildet die Grundlage für die breite Unterstützung von Firmen. Alle Dienstleistungen im HR-Bereich für die KMUs biete ich mit meinem Team im Outsourcing sowie vor Ort an. Als Mediator mit Ausbildung am Rechtswissenschaftlichen Institut der Universität St. Gallen bin ich spezialisiert in der Wirtschaft, der Arbeitswelt und dem öffentlichen Bereich für aussergerichtliche Konfliktbewältigung und Lösungsfindung. Mediation als Instrument, das erfahrungsgemäss enorme Kosten und Zeitersparnisse für die involvierten Parteien bringt, ist die Zukunft. Mit meiner Freude und Erfahrung in diesen vier erwähnten Bereichen unterstütze ich die Menschen im Berufsalltag. Gleichgültig der Ausbildung, Herkunft und dem Geschlecht. Gerne stelle ich das jederzeit unter Beweis und freue mich, sie persönlich kennenzulernen.